So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir sind mitten im Kampf, ich will auch gar nicht so lange Zeit vertrödeln. Zeit ist wichtig, Freunde. Und es wird noch Momente geben, in denen wir chillen können, aber jetzt gerade ist diese Zeit nicht. Ich will den Kerl möglichst schnell umbringen. Und da haben wir es auch schon. Danke dir. Er hat leider nichts hinterlassen. Ich glaube aber, ich habe irgendwo noch einen... Hier liegt doch noch was. Ah ja, verbuggt. Sehr schön. Tagilos Wunderelixier. Das ist ja manchmal, muss man auch in die Wände reingucken. Das Problem habe ich bei Bionti bin nicht oft genug. Diesmal nicht, Freund. Diesmal nicht. Und das ist die Rotunde der Furcht bloß in noch schlimmer. Genau. Die Frage ist, will ich mich jetzt da reinhauen? Wir könnten mal reingucken, oder? Schauen, was uns denn da erwarten würde. Und vielleicht mal angreifen. Und schauen, wie es läuft. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Hilft mir. Hilft mir. Dankeschön. Meine Fresse, das dauert bei euch auch immer lang. Nein, du sollst weggehen von hier. Oh. Oh Gott. Ich war zwar eigentlich nicht mehr drin, aber ja. Scheiße, ich habe nach dem Eliminator nicht gespeichert. Es gibt keine Schäme. Lass uns unsere Exploration mit dieser Ston als Hub weitergehen. Ja, jetzt ärgert es mich doch, weil ich stand nicht mehr drin. Ja, so ist es natürlich dann doch frustrierend. Ja, scheiße, ich höre deinen Wunsch. Stands firm. Ein Eliminator-Kopf. Ja, scheiße, ich bin auf den Eliminator- Was willst du, Bruder? Sind du okay, Master? Es ist schnell. Sei vor, Herr Riesen. Moin, Bruder. Was ist denn, Bruder? 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 Lockt ihn hier rein. Vergiftet ist er auch schon. Na, Großer? Wie ist die Lage? Wie fühlt sich das an? Das muss geil sein. Richtig geil. Die besten Rippchen bringen auch gar nichts mehr, gell? Knapp. Oh, shit. Er kann Treppen steigen. Na, Großer, wir werden uns mir zwei jetzt einigen. Wie werden wir zwei uns jetzt einigen? Besonders, wir hatten den Wurm so richtig, wir hatten ihn fast. Es wäre der erste Wurm gewesen, den wir vielleicht hätten besiegen können und dann sowas. Riesenauftritt, mein Freund. Puh, das behalten wir. So, den und nicht zweimal denselben Fehler machen. Dieses Speichern. Also, für mich war die beste Erfindung, die sie jemals gegeben hat, automatische Speicherstände. Die haben mir schon mehrfach meinen Speicherstand gerettet. Und wie. Das war die Kiste. Ach komm, du kannst mich echt gern haben. Ich bereite mich akribisch auf den Überfall vor und dann ist natürlich nichts da. Okay, Freunde, wir schauen uns um die Rotunde der Furcht an. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Wir sind auch schon wieder mächtig vollgepackt mit Gegenständen. Ich würde bloß irgendwie gern, bevor ich zurückkehre, ich hätte gern mal wieder einen Zwischenstopp. So. Weil die Monster hier sind natürlich ein ganzes Eck stärker. Wie heißt denn jetzt eigentlich das? Das heißt irgendwie Bibliothek der Lehre oder so, oder? Das war doch der richtige Name. Die Schwarze Abtei. Ja, ja, doch. Doch. Und warum sagst du das jetzt schon? Ich hab noch nicht mehr gesehen, was da drin ist. Das letzte Mal, glaube ich, waren zwei untote Drachen drin. Garme. Eine ganze Garmenfamilie. Das ist interessant, Freunde. Oh, die kommen hoch. Einer kommt zumindest hoch. Ja. Ah, nee. Okay, okay. Das sind zwei. Es ist fast perfekt, dass die jetzt hier sind. Und sich vom Rudel getrennt haben. Jedes Tier weiß, dass es dumm ist, sich vom Rudel zu trennen. Das hätte, glaube ich, ein Tod sein können. Das ist ein Tod. Das ist ein Tod von oben. Oh, hör, ich bin ein Tod. Vorsicht, Vorsicht. Das meinte ich mit Vorsicht, Vorsicht, Bruder. No way. Komm, komm, komm. Du musst jetzt, du musst jetzt auch... Komm schon, noch ist die Garmenfamilie... Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Irgendjemand fehlt, irgendjemand fehlt. Scheiße, jetzt kommt der Rest. Uh, hi. Das ist ein Problem. Ach, sie haben auch ein paar Höhlenhunde unten am Start. Nett. Oh, hi. Hör, die hässlichen Viecher aus. Ich bin gleich da, nöt. Shit. Nein, mach doch einfach das, was ich drück. Was ist der Behörde? Dann mach vorsichtig. Seriously. Zwielichtsblüte, geil. Ich kann trotzdem kämpfen. Dann komm her. Zwielichtsblüte, eine Blume, die in der Dunkelheit sanft leuchtet, kombiniert mit anderen Dingen, okay? Das ist der nächste Tod. Das ist scheiße. Oh, der ist noch frisch. Oh, der ist noch frisch. Das sind zu viele, Freunde. Das sind zu viele. Wir werden nicht glücklich, wenn wir unten kämpfen. Bitte, hilf mir. Okay. Das war irgendwas Heftiges. Donner ist des Garms. Scheiße. Ich weiß, Freunde, ich bin auf dem Weg. Man kann beim Sprinten leider nicht heilen. Okay. Wieder ein bisschen Zeit erkauft. Ich bin auf dem Weg. Oh, nein. Das müsste irgendwo abprallen. Kommt, bitte. Kommt. Kommt, Freunde. Kommt. Freunde, ich brauche euch. Wir kriegen das hin. Aber nicht, wenn ihr alle zwei Sekunden verreckt. Mitkommen. 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 Ich kann das nicht glauben. Genau da brauche ich den Scheißkerl. Genau da. Hier prallen die Pfeile schön ab. Warte, 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 ich hab doch. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Schieß die Dinger ab, Mann. Wow. Ja, die machen, äh, auf jeden Fall ein ganzes Eck mehr Schaden. Moin, Freunde. Das war dumm. Das war ein Missklick. Ich müsste mal einen töten. Komm jetzt, gefälligst mit. Ich werde sauer, wenn du da in den Abgrund stürzt. Ist sie im Abgrund? Ist sie im Abgrund? Oder ziehen sie sie mit. Ne, sie ist weg. Wir hätten es easy geschafft, wenn sie einmal auf mich gehört hätten. Hätten wir es easy geschafft. Ich kann es nicht mehr. Streich die Hände! Scheiß drauf. Oh, ich glaub, ich glaub, wir kriegen die down. Wenn die Vasallen auf mich hören, kriegen wir die down. Aber leider war gleich am Anfang jemand unten. Ich glaub, das ist machbar. Ich glaub, wir kriegen die down. Ich glaub, das ist machbar. Wenn wir die nacheinander hochlocken, dann kriegen wir sie sogar ohne die Talismane down. Aber mit Talisman geht das auch. Jetzt kommen die Kleinen. Okay, jetzt kommen alle. rein. Eins, zwei, zwei, drei, vier. Ihr sehen würdet, wie ich auf diese Maus einhämmer. Ach Gott, die hab ich ganz vergessen. Ach, du hängst da dran. Warte, warte, ich brauch flüssigen Elan. Sie stehen sich zum Glück gegenseitig im Weg. Ist ja das jeder, der den anderen so ein bisschen an seiner Mahlzeit hindert. Der erste ist da unten. Hierher, hierherher, hierherher. Ich habe ihn nicht verletzt, ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe neue Techniken gegen die Fauch. ich krieg euch schon freunde und wo ist denn diese die unten es wird gesnackt das ist was anderes was für eine mischung ich würde ihnen beiden jetzt gern sagen bleib bitte hier oben ich rette den anderen was bist du ich kenne die freunde ich kenne die es ist ein geiler kampf es macht spaß es ist ein richtig geiler kampf lasst ihn mir lasst ihm mir kommt schon kommt schon kommt schon und jetzt mit der beste ist manchmal nicht hier nach deswegen kommst du jetzt mit ich glaube ich lege noch ein halbes stündchen dran na traust du dich junge oder hast du dir hast du dein fell voll gepisst wir können speichern was für geil ihr opferd seid ihr richtig dran ups ihr armen hunde halte meine maus aber seht ihr dass ich ich drücke wirklich die ganze zeit aber ich kann ich kann nicht also ich ich kann nicht schneller schießen ich glaube die stehen sich gerade gegenseitig im weg die können gerade nichts machen freunde ihr könnt auch noch näher an die rangehen ne ihr seid fernkämpfer wisst ihr selber oder ihr bleibt hier ihr bleibt hier wir kriegen die wir kriegen die wir müssen da nicht runter komm her junge man kann erfahrung hervorrufen ihr bleibt hier die kommen auf diesen engen terra überhaupt nicht klar aber ja ich würde natürlich gern mehr so amulette nutzen komm hier hier liegt auch ein snack wenn ihr wollt da da äh garm kebab nennt sich das großartig ich bin mittlerweile so weit dass ich jeden bug den es gibt ausnutze als gäbe es keinen morgen oh da kommt die ganze fan heute vorsicht die sind 0,0 scherzen aufgelegt er ist der der am meisten geschwächt ist er wagt sich aber auch am meisten vor muss ich sagen 3 amulette habe ich noch jetzt bist du in meiner welt jetzt sind halt echt noch viele doch doch das kann wie wir kriegen die wir kriegen die schon wir kriegen die schon mein freund ich dachte ich hätte augen klar mitgenommen ich weiß nicht warum die newt noch lebt aber überlebt das irgendwie immer das hoffe ich doch meine liebe nicht zu weit runter nicht zu weit runter nicht zu weit runter schön 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 ja das ist der geschwächte wir müssen weiter versuchen die auszudünnen wir haben bisher wir haben bisher ein großteil schon besiegt besonders die kleinen haben wir alle besiegt ja 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 ich weiß ich weiß meine liebe ich weiß da ist die ganze crew freunde da ist die ganze crew warum ist sie da jetzt runter warum ist sie da jetzt ist sie noch da ja was machst du da unten mit licht geht's richtig ab das gefühl licht ist sogar noch mächtiger als als blitz wenn sie hier tötest sind sie gleich wieder da gar kein problem ich will dass der so oft wie möglich abkommt krass wo ist der eine haben wir den schon sie rennen sich gegenseitig ein so musste sein freunde so musste sein haut euch die fresse gegenseitig ein so mag ich das wer ist tot wer ist tot wer ist tot doch mit dir hoch mit dir nicht jetzt oh gott sie hören nicht auf zu attackieren zum glück freunde ich muss ich muss für heute aufhören ich nehme jetzt gleich noch eine halbe stunde auf und hoffe ich schaffe den kampf und hofft dass ich keinen dummen leichtsins fehler mache weil das ist das einzige was uns hier das genick brechen kann wir sehen uns morgen haut rein euer die netzplay